Hallo zusammen, ich bin Devin, ich mache Lehre als Elektroinstallateur und zeige euch heute meine Tätigkeiten. Das Interessante an meinem Job als Elektroinstallateur ist, dass es sehr abwechslungsreife Arbeiten sind an verschiedensten Orten in der Schweiz, in denen wie draussen, wo wir viel im Team arbeiten und so viele gute Leute kennenlernen. Elektroinstallateur ist eine gute Grundausbildung, die vier Jahre dauert mit vielen guten Weiterbildungsmöglichkeiten, wie Projektleiter oder fürs Studio. Wegen der Grösse unserer Firma kann man alles einmal sehen, was es in meinem Beruf gibt. Dadurch ist es sehr abwechslungsreich und man kommt viel herum in der Schweiz. Unser Geschäft wird uns auch gut für die LAP vorbereiten mit Übungsmöglichkeiten im Magazin und vor LAPs. Das war mein Tag. Wenn es euch auch gefallen hat, dann bewerbt ihr euch bei uns.